Du möchtest deine Solana Wallet, deine Phantom Wallet mit einem Ledger absichern? Ich werde dir kurz und knapp zeigen, wie du alles einrichtest, Tokens und NFTs verschickst und empfängst und das alles in wenigen Minuten. Let's go! Ich kann es dir tatsächlich nur wärmstens empfehlen, deine Kryptowährung und vor allem deine wertvollen NFTs, wie zum Beispiel ein Genesis Genopets Habitat, mit der Hilfe dieses kleinen Geräts zu schützen vor Hackern und Scammern. Wir werden jetzt nun im ersten Schritt unser Phantom Wallet mit dem Ledger verbinden und somit ein Cold Wallet erstellen. Voraussetzung hierfür ist, dass du mit deinem Ledger schon die ersten Schritte hinter dir hast und dein Ledger bereits eingerichtet hast. Falls du das noch nicht getan hast, empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video nochmal, wo du erstmal die Basics, den Starter Guide machst, bevor du jetzt hier deinen Ledger direkt mit dem Phantom Wallet verbinden möchtest. Alright, wir befinden uns jetzt hier auf Ledger Live und falls du es noch nicht getan hast, unter dem Tab Manager könnt ihr jetzt hier sozusagen die Solana App einmal auf euren Ledger hinzufügen, um dann ein Konto zu erstellen. Das Ganze werden wir jetzt auch einmal kurz machen und im zweiten Schritt werden wir jetzt einmal kurz aufgefordert, das Ganze auf unserem Ledger zu bestätigen. Das Ganze mache ich jetzt einmal ganz kurz und nun werden wir jetzt weitergeleitet zu unseren Konten. Hier wurde jetzt bereits schon ein Konto in meinem Portfolio gefunden, ich werde jetzt aber nochmal ein zweites anlegen. Das Ganze stoppen wir jetzt einmal ganz kurz und fügen das Konto hinzu und das war es eigentlich auch schon. Der erste Schritt ist schon mal geschafft. Wir haben auf unserem Ledger unser Solana Konto angelegt und warum wir das machen müssten, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Springen wir jetzt aber über zum zweiten Schritt. Alright, wir werden jetzt mit einem zweiten Schritt unsere Phantom Wallet mit dem Ledger verbinden und das ist tatsächlich auch sehr kinderleicht und übersichtlich gemacht, denn wir können hier einfach auf Wallet hinzufügen und wählen jetzt hier Hardware Wallet verbinden aus. Wie ihr seht öffnet sich ein neues Fenster und wir sollen sicherstellen, dass unser Hardware Wallet mit dem PC verbunden ist und entsperrt. Das Ganze habe ich also einmal kurz gemacht und Ledger Nano, let's go! Dieser Punkt ist im Video jetzt wahrscheinlich der wichtigste, denn nun sollen wir die Wallet Adresse auswählen und zwar ist hier jetzt die Wallet Adresse von unserem Ledger bzw. das Solana Konto, was wir auf unserem Ledger angelegt haben. Und um diese rauszufinden, gehen wir jetzt wieder auf Ledger Live, auf unser Solana YouTube Konto und klicken einmal auf Empfang. Hier gehen wir jetzt auf Weiter und jetzt wird das Gerät wieder gesucht, womit er uns dann gleichzeitig unsere Adresse ausspuckt. Das Ganze kopieren wir einmal ganz kurz, müssen jetzt das Ganze noch einmal wichtig auf unserem Ledger bestätigen und wir haben es geschafft. Nun müssen wir hier die identische Adresse finden, die wir ja gerade eben schon herausgefunden haben und es gibt jetzt sozusagen verschiedene Pfade. Das Ganze ist jetzt nicht unbedingt weiter zu berücksichtigen, das Ganze ist nur sozusagen ein mathematischer Pfad, damit der Ledger sozusagen hier die Verknüpfung herstellen kann. Wichtig ist, je nachdem welchen Pfad ihr jetzt gewählt habt, dass falls ihr das sozusagen auf einem anderen Device nochmal connectet, ihr ebenfalls wieder denselben Pfad nehmt. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall die identische Adresse gefunden und klicken einmal Add Account und das Ganze hat dann auch ohne Probleme geklappt. Das Ganze kontrollieren wir jetzt natürlich nochmal, das heißt wir öffnen jetzt hier unsere Ledger App und hier können wir sehen Ledger 2 bzw. jetzt hier Ledger, unser YouTube Account. Wie ihr jetzt hier nochmal sehen könnt, habt ihr hier oben eure neue Phantom Wallet Adresse verbunden mit eurem Ledger. Das ganze Wallet ist jetzt natürlich noch leer, ich würde sagen wir füllen das Ganze mal mit ein paar Solana Token und ein paar NFTs. Let's go! Tokens versenden und empfangen ist tatsächlich kinderleicht, solltet ihr wahrscheinlich auch schon vertraut sein. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, dass wir hier unsere Adresse einmal kopieren. Wie gesagt, das ist die neue Adresse eures Phantom Wallets geknüpft mit dem Ledger. Das Ganze kopieren wir einmal und jetzt gehen wir einmal auf die Adresse unserer Wallet, die jetzt nicht geknüpft ist mit unserem Ledger, also sozusagen wahrscheinlich unsere alte Wallet. Hier gehen wir jetzt einmal auf senden, wählen ein wenig Solana aus, kopieren und pasten jetzt hier unsere Adresse ein, die wir ja gerade eben schon gekopiert haben und überweisen jetzt hier einen Betrag von, na sagen wir mal 0,1, das ganze ist jetzt 3,25 Dollar. Gehen noch weiter, hier sehen wir auch schon, das ganze ist ja hier richtig beschriftet. Ledger YouTube sieht gut aus, das heißt hier könnt ihr auch nochmal sicher gehen, ob alles stimmt und schicken das Ganze einmal rüber. Das Ganze hat ohne Probleme geklappt, denn wichtig, wenn wir Tokens empfangen, müssen wir das Ganze auf unserem Ledger nicht bestätigen. Nur wenn wir es verschicken, verschickt haben wir es ja aber nur für unsere Hot Wallet und nicht für unsere Code Wallet, also ohne Probleme hier. Schauen wir uns mal an, ob das Ganze schon angekommen ist. Wir gehen auf unser Ledger und wie ihr sehen könnt, ja 3,25 Dollar und 0,1 Solana ist erfolgreich angekommen. Den ganzen Spieß können wir jetzt natürlich auch nochmal umdrehen, das heißt wir senden jetzt etwas, wir wählen den Token Solana aus und jetzt müssen wir hier die Empfängeradresse rausfinden. Okay, kein Problem, ich schicke das Ganze jetzt halt sozusagen wieder einmal zurück, das heißt ich kopiere mir das Ganze einmal, gehe wieder auf mein Ledger, gehe nochmal hier auf die Zahlung, kopie und paste das Ganze und wähle jetzt einen Betrag, diesmal von 0,05 aus. Das Ganze bestätigen wir und jetzt wird es spannend, denn jetzt steht hier, bitte verbinden Sie ein Ledger mit Ihrem PC. Okay, das machen wir jetzt einmal. Wir geben also einmal unseren Pin ein und automatisch bekommen wir die Transaktion auf unser Display, 0,05 Solana soll verschickt werden. Hier sehen wir einmal nochmal die Adresse und das Ganze approven wir einmal. Und zack, schon hat es geklappt. Die Transaktion ist durch, das Ganze dauert jetzt ein paar Sekunden und wir haben erfolgreich auch von unserem Ledger aus Tokens verschickt auf ein anderes Konto. Alright, nachdem wir jetzt unseren Token, also Solana verschickt haben, gibt es natürlich jetzt noch die Option, wie sieht denn das Ganze mit den NFTs aus. Das Ganze ist ja sehr übersichtlich hier bei Phantom geregelt, das heißt hier können wir direkt in unserer Wallet sehen, welche NFTs wir besitzen. Und ich werde jetzt einfach mal hier meinen Dali Gold Genesis Badge verschicken. Ist zwar jetzt nicht so super kostspielig das Ganze, aber warum nicht einfach alles wirklich super safe auf einem Ledger aufbewahren. Dafür gehen wir jetzt einmal auf Senden und jetzt ist das Ganze auch wirklich hier sehr einfach. Wir müssen im Endeffekt hier nur die Adresse des Empfängers eingeben. Das heißt, das Ganze habe ich wieder reingekopiert, pastet. Ich gehe immer auf weiter. Er erkennt direkt, dass es hier auch mein Ledger ist, mein YouTube Ledger und sehr, sehr geringe Netzwerkgebühren. Und ich klicke einmal auf Senden. Perfekt. Das Ganze können wir gerne einmal kontrollieren. Das heißt, wir gehen wieder auf unser Ledger YouTube, hier auf unsere NFT Kollektion und dort sehen wir unser Dali Gold Genesis Badge. Sehr geil und total einfach. Eine abschließende wichtige Einstellung, die du in deinem Ledger noch vornehmen solltest, ist die Funktion Blind Signing. Diese Funktionen findest du auf deinem Ledger in der Solana App und wenn du jetzt hier auf Settings gehst, hast du hier direkt der erste Punkt Allow Blind Signing. Und das muss auf jeden Fall aktiviert sein, denn somit ist dein Ledger berechtigt mit Smart Contract zu interagieren, zum Beispiel Transaktionen zu unterschreiben. Das ist nämlich sehr relevant, zum Beispiel nämlich bei Move to Earn ProAgeno Pads, wenn du dort zum Beispiel ein NFT Habitat besitzt und du jetzt täglich hier deine Tokens claimen möchtest bzw. harvesten möchtest, dann gehst du einmal hier auf Harvesting und das Ganze muss jetzt einmal genehmigt werden. Das Ganze kennen wir, aber das Ganze befindet sich ja jetzt auf dem Ledger, weshalb das jetzt nochmal bestätigt werden muss. Das Ganze machen wir einmal ganz kurz. Hier haben wir die Message Approved und zack. Ohne Probleme und Stress und alles hundertprozentig secured. Perfekt Freunde und schon geschafft, wir haben unser Phantom Wallet erfolgreich mit unserem Ledger verbunden. Du brauchst also keine Sorgen mehr, um deine Krypto-Assets zu machen, dass du irgendwie von heute auf morgen auf einmal dein Phantom Wallet leergeräumt wird, ohne dass du es mitbekommst, denn das ist alles abgesichert und kann nun nicht mehr passieren. Falls du jedoch noch nicht in dem Besitz eines Ledgers bist, empfehle ich dir auf jeden Fall wärmstens, dir solch einen zuzulegen. Das Ganze geht auch schon ab 79 Dollar los mit dem Nano S Plus und damit ist man tatsächlich auch schon bestens versorgt. Wenn du hier so ein bisschen unsicher bist jetzt noch, was sind die Vorteile von den jeweiligen Geräten, denn es gibt natürlich auch noch alternativ den Nano X, dann empfehle ich dir auf jeden Fall einmal dieses Video noch auszuchecken. Da habe ich einmal die ganzen Geräte miteinander verglichen, die Vor- und Nachteile und sozusagen meine Kaufempfehlung gegeben. Das Ganze würde ich dir einmal auch ans Herz legen. Deine gesamten Krypto-Assets auf deiner Phantom Wallet sind nun gesichert. Falls das Ganze noch nicht für die Meta-Mars geschehen ist, dann habe ich auch dazu einen sehr ausführlichen Guide gemacht. Alles Step-by-Step genauso easy, wie in diesem Video erklärt. Da es mir wirklich wichtig ist, dass ihr alle eure Assets wirklich sicher aufbewahrt und diese ganzen Thematiken mit Scams und Hacks wirklich ein Ende hat. Denn das ist wirklich unschön von heute auf morgen komplett leer aufzuwachen. Falls du daher noch irgendwelche Fragen hast, wo ich dir irgendwie helfen kann, dann schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Du kannst auch gerne meinen Discord joinen, da habe ich schon extra einen Text-Channel für Ledger-Support sozusagen eingerichtet. Falls du auch dort sozusagen einmal deine Frage äußerst, kriegst du direkt von mir oder aus der Community eine Antwort. Alright Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich empfehle dir auf jeden Fall, dich weiterhin mit dem gesamten Thema Ledger und deine Sicherheit von deiner Kryptowährung auseinanderzusetzen. Deswegen solltest du auch da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Stay safe, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Nick.